Architektonische Zeichnungen werden zu Ausstellungswerken. Baukultur wird zur Kunst. Und damit herzlich willkommen zu Nachbarn on Air, Ihrem Nachbarschaftsmagazin aus Hamburg für Hamburg. Hier in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, kurz Stabi genannt, wird aktuell an eine bekannte Persönlichkeit gedacht. Werner Jackstein, Baupfleger und Architekt im Altona des frühen 20. Jahrhunderts. Als von Ideen übersprudelnder gescheiter Feuerkopf wurde er bezeichnet. Warum ihm und seinen Werken eine Ausstellung gewidmet wird, das erfahren wir im Verlauf der Sendung. Wir starten jetzt erst einmal mit einem ganz anderen Thema. Wenn der Brummifahrer